WCGH zu Gast bei der SFD, heute zusammen mit Florian Weidhase. Grüß Gott. Und wir schauen uns heute den Google Chromecast an und das ist was ganz besonderes. Flo? Ja, was besonders kleines zum Beispiel. 35 Euro kostet dieses kleine Gerät von Google. So schaut es aus. Man könnte jetzt meinen, das wäre ein USB-Stick. Sieht so aus, ist es aber nicht. Es hat nämlich hier am Ende einen HDMI-Anschluss. Lässt sich also direkt am Fernseher anschließen. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil in der Kiste ist noch ein bisschen mehr. Wir haben hier ein Stromkabel. Einfach, was ist das, Micro-USB, USB. Genau. Ein Netzteil. Und ganz praktisch, eine HDMI-Verlängerung. Warum ist die wichtig? Wenn man mal genau hinschaut, ist das Ding ganz schön breit. Und bei den meisten modernen Fernsehern würdest du damit vielleicht den nächsten HDMI verdecken. Also ähnlich wie bei zu großen USB-Geräten ist es auch hier so, dass man den Adapter nutzen kann. Der ist etwas schlanker. Macht hinter dem Fernseher keinen Unterschied. Schön, dass Google das mit reingelegt hat. Okay. Auch schön, man braucht das Netzteil nicht zwangsläufig, wenn der Fernseher einen freien USB-Anschluss hat. Ah, da kommt der Strom aus dem Fernseher. Genau. Dann kann man nämlich einfach, das ist auch so ein kleines Ding hier drum, dann kann man das Kabel schön aufräumen. Und dann ist einfach alles hinter dem Fernseher verstaut. Ja, cool. Was ist drin? Im Prinzip ein bisschen Technik und vor allen Dingen WLAN. So, wir schließen jetzt an. Flo ist schon dahinter gekrabbelt. Ja. Hier haben wir Chromecast, USB-Kabel und die Verlängerung. Kamerakind. Hier hinten haben wir nämlich den etwas schwer zu geniehen HDMI-Anschluss. Und da wir USB hier an der Seite haben, nehmen wir doch einfach den Strom. Ja, typisch USB, man mag, da steckt es immer falsch rum rein. Ja, genau, da gibt es vier Möglichkeiten. Und zwar dreimal. So. Wir sehen, es leuchtet, hat Strom. Oh. Und das ist natürlich cool, das ist alles hier schön verpackt. Und damit ist das auch schon erledigt. Chromecast haben wir eingerichtet und zwar per App. Wir brauchen nämlich zusätzlich zum Chromecast auf jeden Fall irgendein smartes Gerät. Das kann ein Computer sein, das kann ein Tablet sein und das kann ein Smartphone sein. Sowohl iOS als auch Android. Die eigentliche Chromecast-App dient nur zur Einrichtung. Man kann jetzt also nicht direkt Chromecast damit steuern. Aber man braucht das zur Einrichtung und dann kann man eine mittlerweile noch recht kleine Auswahl an Apps, also sich aussuchen. Unter anderem YouTube oder WatchEver oder Red Bull TV oder natürlich auch Google Play Movies, womit man dann direkt Filme, die man sich bei Google geliehen oder gekauft hat, auf dem großen Fernseher anschauen kann. Wir starten einfach mal mit YouTube. So, jetzt kann ich hier in der YouTube-App ganz normal mir was aussuchen. Hier, die R-Power-Routinen meinetwegen. Da ist ein kleines Symbol und das ist das Chromecast-Symbol. Wenn ich da drauf tippe, steht hier unten, SFT Chromecast, so haben wir unser Gerät genannt. Ah, jetzt passiert was. YouTube. Man sieht im Hintergrund auf unserem bescheidenen kleinen Fernseher. Geht's jetzt los. Ich kann hier am Gerät leiser machen, dann wird's da leiser. Ich bin im Stress. In einer halben Stunde kommt mein Nachbar. Der finde ich richtig gut. Kann ich hier pausieren. Was dabei wichtig zu wissen ist, ich streame im Moment nicht vom Handy auf Chromecast, also auf den Fernseher, sondern eigentlich übermittelt er nur, was er sich anschauen soll. Ich hab zwar hier die Befehle, aber es geht alles über das Netzwerk. Also Handy und Chromecast sind jetzt im gleichen WLAN. Deswegen funktioniert das. Was ein bisschen schade ist, wenn ich jetzt hier spule, wenn man das sieht, wird das zwar übermittelt, aber ich sehe kein laufendes Bild. Wenn man also im Film eine Stelle sucht, ist das so ein bisschen auf gut Glück. Und es dauert hin und wieder auch ein bisschen, bis es losgeht. Aber, ganz klar, so ein YouTube-Video kommt auf dem großen Fernseher natürlich ein bisschen besser als auf dem kleinen Screen hier. Okay, was natürlich richtig interessant ist, sind Video-on-Demand-Dienste. Video-on-Demand-Dienste, Watch Ever, Abo, kostet glaube ich knapp 9 Euro im Monat, hat relativ viele Serien und auch ein paar gute Filme. Oder natürlich sowas wie Play Movies von Google. Wir haben hier mal Watch Ever. Ja, was ist mit Amazon, mit dem neuen Dienst von Amazon? Im Moment geht das nicht. Das ist schade. Max Dome ist angekündigt. Das ist eigentlich das gleiche Problem, wie immer bei Video-on-Demand. Nur, wenn du die richtige Ausstattung dafür hast, dann funktioniert es auch. Und bei Chromecast gibt es halb zur Zeit Watch Ever und ja, bald ein Max Dome und natürlich den eigenen Google-Dienst. Und hier läuft es jetzt eigentlich wie bei YouTube. Ich kann mir meine Inhalte aussuchen. Ja, ein Klassiker. L'Oreal, Papa Ante Porters. Ansehen. Es dauert einen kleinen Augenblick. Und dann auch hier wieder. Ansehen auf dem TV. Steht da oben schon. Das funktioniert ja ganz toll. Und da haben wir es schon. Chromecast. Ich sehe nichts. Nein, jetzt. Und? Unser Programm auf dem großen Screen. Was nicht ganz unwichtig ist, ich kann das Telefon jetzt weiter benutzen. Ich könnte auch telefonieren oder sonst irgendwas. Weil ja die App nur den Befehl an Chromecast gegeben hat, logg dich mit meinem Account bei Watch Ever ein und zieh dir die Sachen runter. Aber angenommen, ich will das Ganze jetzt wieder beenden, muss ich wieder in die App rein? Ja. Ist doof. Vorhin hat mich jemand angerufen mit einem Test und ich konnte nicht pausieren, weil sonst wäre das Telefonat weg gewesen. Da musste ich danach natürlich suchen, wo war ich denn in meinem Film. Okay. Das klingt ja alles schon ziemlich cool, muss ich sagen. Aber gibt es auch Nachteile? Ja, durchaus. Also wir müssen dazu sagen, Chromecast ist noch sehr neu. Alles, was jetzt noch fehlt, kann per App nachgeliefert werden. Das ist das Schöne an so einem System. Dafür braucht es keine neue Hardware. Aber was mich etwas überrascht hat, ich hätte erwartet, dass ich meine Bilder und meine Videos und vielleicht auch meine Musik, die ich auf meinem Handy habe, direkt auf dem Fernseher wiedergeben kann. Das kann eigentlich jeder dahergelaufene Smart-TV, ist auch kein Hexenwerk, weil es DVD-NR ist, funktioniert hier leider nicht. Also ich habe keine Möglichkeit, meine Fotos einfach auf dem großen Schirm darzustellen. Und das ist ja eine sehr naheliegende Funktion. Zehn Leute ums Smartphone rum, aber nicht so cool wie die Diashow des 21. Jahrhunderts direkt auf dem Screen oder auch selbst gedrehte Videos oder einfach mal eben Musik anmachen. Technisch müsste es möglich sein. Ich wüsste nicht, warum es nicht gehen soll. Und der große Konkurrent aus dem Apple-Lager, Apple TV, kann das. Kostet aber auch das Doppelte? Kostet fast das Dreifache. Also 100 Euro. Hat natürlich auch deutlich mehr Technik drin. Man muss sagen, dass ich da auch Onscreen spulen kann und sehe, was ich spule. Das geht hier nicht. Bei 35 Euro kann man jetzt nicht großartig meckern, aber wer erwartet, dass er seine Fotos da wieder geben kann, ohne eine Server-Software im Hintergrund, der wird da nicht glücklich. Okay, soweit zum Chromecast. Wir sehen, hardware-mäßig läuft alles, software-mäßig könnte man aber was tun. Ja, für mich ist ganz einfach, wer bisher noch nicht Video-on-Demand nutzt und auch noch keinen Account hat, der kann hier wirklich sofort loslegen. 35 Euro ist billiger als jeder andere Abspielgeräte, die es so gibt. WatchEver ist ein toller Dienst. Bei Google gibt es auch einen Haufen Filme. Also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und der Rest. Hoffen wir mal, dass das noch nachkommt. Okay. Das ist jetzt dran. Boah. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017